Jo moine Leute, herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der NFL der National Football League Saison 20, 24, 25, Spotspieler, alle Porn, los geht's, alle Porn, da haben Spiele live auf DAZN, alle Sonderspieler live in der DAZN in DAZN deutschen Konferenz in der Red Zone, in der Very Red Zone Konferenz in Originalsprache feindliche Partien auf DAZN, auf RTL, RTL Plus und alle Spiele live, ob im NFL Gamepad wie DAZN losgeht, heute um 2.15 Uhr dann Sonntag um 19 Uhr, Washington Commander, und da legen die New York Giants 21, 24, die New England Patriots in ihren ersten Rom-Game der Waggally Season gegen die Seattle Sears, das Ganze geht 28 zu 13 auf die New England Patriots, dann die Dallas Cowboys schlagen die New England Patriots, 16 zu 13 nach Overtime, dann die Jacksonville Jaguars schlagen die Cleveland Browns, 35 zu 14, Carolina Panthers unterlegen die Los Angeles Chargers, 17 zu 22, die Baltimore Ravens gewinnen gegen Las Vegas Raiders 21 zu 16, dann die Tennessee Titans unterlegen die New York Jets, 25 zu 31, die Minnesota White Kings unterlegen die San Francisco Portionale, 33 zu 41, die Green Bay Packers unterlegen die Indianapolis, 28 zu 33, ich guck hier gerade Sunday Night Football währenddessen und der steht im vierten Quarter, 20 zu 20 zwischen den, die Detroit Lions unterlegen die Detroit Lions und den Los Angeles Rams, aber dann die, dann die, apropos die Detroit Lions, die spielen gegen Tampa Bay Buccaneers und das Ganze geht, damit die Dortmund um sechs und die, um die TLC, 16 zu 14. Dann die Detroit Lions, das Ganze gegen Glutton und dann um 22 Uhr 5, Arizona Cardinal unterlegen die Los Angeles Rams, 22 zu 33. Dann um 22 Uhr 5, das Ganze gegen Denver Broncos unterlegen die Pittsburgh Steelers 31 zu 35. Dann die Kansas City Chiefs, gegen Cincinnati Bengals. Das Ganze geht 3 zu 0 aus nach Overtum für die Kansas City. Chiefs Herzlichen Glückwunsch. Dann um 2 Uhr 20 Sunday Night Football. Live auf The Zone und in der Westfalia-Saison. Houston, Texas gegen Chicago Bears. Das Ganze geht 3 zu 6 nach Overtum für Chicago Bears. Herzlichen Glückwunsch. Und wann der Night Football um 2 Uhr 15 Dienstag Philadelphia Eagles gegen Atlanta fährt das Ganze. 28 zu 3 aus wird Philadelphia Eagles Herzlichen Glückwunsch. So das war's vom 2. Spieltag der neuen NFL National Football League Season 2020. Vor 2025. So, wenn euch das Video gefallen hat. Lass ein Dornchen nach oben da. Vergiss keine Ruhe. Dann nehme ich das Blöckchen. Wenn das Video gefallen hat. Dann verpasst du es. Gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020